Moin, ich bin Michael, euer Steinexperte. Und ja, zu einem richtig schicken Pflasterstein gehört natürlich auch ein richtig richtig schickes Verlegemuster. Wir haben Pflastersteinserien, wo lagenweise gemischt unterschiedliche Formate mit dabei sind, aber auch Pflastersteinserien, wo man jedes Format einzeln so bekommen kann, also ganz nach euren Wünschen. Hier zum Beispiel liegt unser Senolo Antique in der Farbe Muschelkalk, leichte Schieferstruktur, gerumpelte Kante. Wenn man das richtig verarbeiten möchte, braucht man ein Verlegemuster, weil mit fünf verschiedenen Formaten, da kann es schon passieren, dass nachher die ganzen kleinen Formate überbleiben, weil man natürlich die größeren viel lieber hat. Damit das nicht passiert, Verlegemuster Senolo Antique im Produktbereich einfach runterladen, dazulegen, dann kann euch da nichts passieren. Jetzt hier vor unseren Füßen liegt das Duo Antique Pflaster, ist im Prinzip von der Schieferstruktur und von der gerumpelten Kante das Pendant zum Senolo Antique, hat aber jedes Format einzeln. Also man kann hier das 16x16, das 24x16, aber auch den großen 32x24 einzeln bekommen und damit du da nicht selber großartig rechnen musst, kannst du direkt bei uns im Verlegemuster bestellen und dir das Verlegemuster nach deinen Wünschen auch mit runterladen. Also du hast hier nicht nur eine Möglichkeit, sondern tatsächlich drei, vier, sogar fünf Möglichkeiten, hier die Steine ganz individuell nach deinen Wünschen zu verarbeiten. Hier war jetzt zum Beispiel das reine 24x16 mit dem 16x16 kombiniert, wer es ein bisschen bunter gemischt mag, hat hier in rot-schwarz alle drei Formate. Ja, ihr seht, wir haben richtig viel für euch vorbereitet. Ja, die Entscheidung ist sicherlich keine einfache, aber macht sie euch nicht zu kompliziert. Wir haben alle Verlegemuster für euch in den jeweiligen Produktbereich. Welches Produkt kann ich mit welchen Verlegemustern kombinieren? Für euch vorbereitet, ganz einfach zum Downloadbereich, legt es euch dazu und dann geht es nachher perfekt auf. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch unsere Steine in den Weg legen lasst.